Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst. Bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um das Thema Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Was diese Aussage bedeutet für dich, für jeden von uns und vor allem für werdende Eltern oder Eltern, werde ich dir in diesem Video Stück für Stück erklären. Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Klingt doch im ersten Moment vollkommen logisch und viele Eltern würden jetzt sicherlich auch sagen, ja, das ist so. Selbstständigkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber leben sie es auch? Sind sie bewusst dazu in der Lage, das auch bei sich selbst als auch bei ihren Kindern zu sehen? Kannst du das bei dir selbst sehen, dass du vielleicht genau das auch inne hast, dass du immer wieder davon ausgehst, ohne die Erfahrung zu machen, dass du etwas nicht kannst? Dann solltest du schauen, was du nicht durftest. Denn das Dürfen ist natürlich einerseits angelehnt an entsprechende Verbote, vielmehr aber an entsprechende Erfahrungen, die nicht gemacht wurden, weil die Eltern es besser wussten, weil die Eltern dafür gesorgt haben, dass sie mit ihrer Lebenserfahrung das Kind vor etwas beschützen oder dem Kind zeigen, wie es besser geht. Und das scheint auch hier im ersten Moment logisch zu sein, dass ja Menschen mit Lebenserfahrung, die entsprechende Bereiche in ihrem Leben erlebt haben, es besser wissen. Aber das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Denn das Kind darf es gar nicht wissen in der Hinsicht, weil es die Erfahrung machen muss. Macht es die Erfahrung nicht, wird es immer nur darauf zurückblicken, was die Eltern gesagt haben. Und damit entsteht ein Ebenbild. Ein Ebenbild mit exakt den gleichen Schattenthemen, die es dann gilt, für sich im Leben zu erleben und genau damit dann in den allermeisten Fällen auch Probleme zu entwickeln. Deshalb ist es wichtig, dass du selbst bei dir schaust, als auch, wenn du Kinder hast, die Kinder Erfahrungen machen lässt. Das heißt, es ist nicht nur in Bezug darauf, ob du jetzt Kinder hast, essentiell, sondern auch, wenn du keine hast, nämlich für dich selbst. Denn du wirst dich immer und immer wieder kehren, an verschiedensten Punkten im Leben erwischen, dass du Erfahrungen vermeidest. Jetzt stell dir die Frage, weshalb vermeidest du diese Erfahrungen? Oftmals, weil du Erfahrungen quasi gemacht hast, die entweder für dich negativ behaftet sind oder die du nicht gemacht hast, bei denen aber der hypothetische Ausgang für dich vollkommen klar erscheint, sodass du die Erfahrung ja gar nicht machen musst. Das habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft gelesen unter meinem Video in Bezug auf offene Beziehungen. Sehr viele Kommentare diesbezüglich waren darauf angelegt, dass man ja nicht alles probieren muss, dass man ja die Erfahrung nicht unbedingt machen muss, dass man für sich selbst ja weiß, ob man das will oder nicht. Das ist ein riesengroßer Druckschluss. Ich kann nicht wissen, ob ich etwas will oder nicht will. Diese Aussage stammt immer von Menschen, die mit einem entsprechenden Thema, einer entsprechenden Erfahrung ein ganz großes Problem haben. Das muss ihnen nicht bewusst sein. Es ist aber unbewusst immer der Fall. Und das hat dann entweder damit zu tun, dass sie es nicht durften oder dass sie vorgelebt bekommen haben, dass sie es nicht dürfen. Das sind auch nochmal zwei Unterschiede. Das heißt, reale Erfahrungen, die das Kind normalerweise gemacht hätte, wenn es nicht daran gehindert wurde oder entsprechende fiktive Erfahrungen, die aber durch die Sichtweise der Eltern grundsätzlich abgeheftet wurden als erledigt, brauche ich nicht machen, führt zu ganz großen Problemen. So wie auch beim Thema offene Beziehung. Das kann ja nur zum Problem führen in Bezug auf die Kinder. Das kann nur im Problem enden in Bezug auf verschiedenste Partner. Das kann nur für mich richtig schlecht enden. Und so ist das auch in Anbetracht von Erfahrungen, die oftmals nicht wirklich gemacht wurden als alleinständiger Mensch, sondern von den Eltern erfahren wurden. Und die Bewertung, die die Eltern dann geben, ausschlaggebend ist für die Kinder. Wie viele Menschen gibt es, die spätestens, wenn sie bemerken, dass der mögliche Partner eventuell die gleichen Anwandlungen hat, wie Mutter oder Vater, sich selbst immer wieder davon abwenden. Vor allem, wenn es hierbei um Eltern geht, die schon eine Scheidung hinter sich haben, eine Trennung hinter sich haben. Der Grund der Scheidung oder das, was passiert ist, wird hierbei immer unbewusst, solange dieses Thema existent ist, dafür sorgen, dass ich die Erfahrung gar nicht machen möchte. Denn ich kenne ja den Ausgang. Ich habe ja mitbekommen, dass das nichts Gutes ist. Und demnach möchte ich das selbst für mich ja auch nicht haben. Was ja aber nicht stimmt. Denn erstens bist du nicht dein Vater. Und zweitens bist du auch nicht deine Mutter. Und drittens hat das mit deiner Erfahrung, die du machen darfst, gar nichts zu tun. Gar nichts wäre vielleicht in der Hinsicht falsch. Es geht darum, dass deine eigene Erfahrung eine andere Erfahrung ist, wie die von deiner Mutter oder von deinem Vater. Dass du dann aber wiederum überhaupt erst an diese Erfahrung kommst, hat natürlich etwas mit der Geschichte zu tun. Hat natürlich etwas damit zu tun, dass du diese Erfahrungen machen solltest, um für dich zu erkennen, ist das etwas, woraus ich wachsen kann? Oder ist das noch etwas, womit ich große Probleme habe? Somit die Erfahrung dazu da ist, um an meine Angst, an meine selbstgemachten Probleme heranzukommen. Und genau das ist im Umkehrschluss auch nichts anderes als der Satz, Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Denn das Können muss sich nicht nur auf entsprechende Tätigkeiten oder Handlungen beziehen, sondern Erwachsene, die nichts können, schließe ich darunter auch ein, dass sie für sich selbst nicht denken können und vor allem nicht fühlen können. Das Fühlen spielt hierbei die ganz zentrale Rolle. Wenn mir immer wieder Erfahrungen abgenommen werden, wie jetzt beispielsweise, wenn der Partner diesbezüglich immer wiederkehrend zum Beispiel aggressiv ist. Das kennen dann die meisten vom eigenen Vater, der unter Alkoholmissbrauch dieses und jenes und sonstiges getan hat. Es trifft ja auch immer diejenigen, die damit viel Erfahrung gemacht haben oder die zumindest eine sehr, sehr große Angst davor haben, dass sie diese Erfahrung jemals machen könnten, weil sie es von irgendwoher mitbekommen haben. Das heißt, ich habe hierbei nie die Situation, in der ich merke, was das mit mir macht, in Bezug auf das Gefühl. Denn das Gefühl würde mir dann wiederum verraten, warum ich überhaupt das alles versuche wegzudrücken. Das heißt, das Gefühl drückt sich dann natürlich immer wiederkehrend woanders aus als Ventil oder ich schaffe es, dieses Gefühl so weit runterzudrücken, dass ich letzten Endes das Gefühl nicht ausdrücken kann. Das heißt, Erwachsene, die nichts können. Natürlich ist es aber auch in einem ganz klassischen Handlungsrahmen der Fall, dass wenn Kinder sich nicht ausprobieren dürfen mit ihren Fähigkeiten, dass sie dann natürlich als Erwachsene auch nichts können. Vor allem aber, dass sie davon ausgehen, nichts zu können und deshalb die Erfahrung gar nicht erst machen. Das kommt wesentlich häufiger vor, weil sie immer wieder entweder gesagt bekommen haben, das kannst du nicht, das klappt nicht, das sieht nicht schön aus oder aber, weil sie die Erfahrung nicht machen durften, aufgrund dessen, das eben im Vorfeld schon gesagt wurde, das wird eh nicht funktionieren. Und dadurch entstehen immer entsprechende Traumata. Hierbei könnte man, wenn man sich die fünf biologischen Naturgesetze anschaut, auch sagen, hierbei entsteht immer ein biologischer Konflikt. Immer. Weil ihr müsst euch das aus der kindlichen Perspektive vorstellen. Da ist ein Kind, welches von Grund auf neugierig ist, experimentierfreulich, Freude dabei empfindet, sich selbst zu erfahren, sich auszuprobieren. Und jetzt kommt da einfach irgendjemand und in dem Fall ist irgendjemand auch tatsächlich Mutter und Vater. Das nimmt erst zu einem späteren Zeitpunkt eine ganz, ganz große Bedeutung an. Aber in dem Moment von einem Alter von, ich sage jetzt mal, null bis drei Jahren, da geht es eins und nur darum, dass mir jemand das wegnehmen möchte oder mir die Möglichkeit nehmen möchte, zu leben. Und das sorgt natürlich immer für einen immensen Schock. Weil das das Kind natürlich nicht verstehen kann. Wie soll es das auch? Weil der rationale Rahmen ist dabei oftmals nicht wirklich gegeben. Hängt natürlich wiederum von Kind zu Kind ab. Aber grundsätzlich ist es so, dass dem Kind die Erfahrung genommen wird, dass eben ein natürliches Entfalten da ist. Und das ist völlig entgegen dessen, was normalerweise ablaufen müsste, wenn sich niemand einmischt. Und genau das ist es aber immer wieder, was sich viele Eltern vornehmen. Das Problem an der Sache ist, ich kann mir das natürlich hundertmal vornehmen. Wenn ich selbst aber nicht frei davon bin, dass ich eben diese Themen, die in mir dadurch entstanden sind, noch nicht gelöst habe, dann werde ich das unterbewusst, natürlich nicht mit der bewussten Intention trotzdem an mein Kind weitergeben. Außer ich fange dann eben an, bewusst das jedes Mal aufs Neue zu reflektieren. Bis ich bemerke, ja, ich hindere gerade mein Kind, sich zu entfalten. Ein ganz, 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 ganz großer Aspekt, der sehr weitreichende Folgen hat. Denn diese weitreichenden Folgen, die sind dann wie gesagt nicht nur in Bezug auf das Können zu sehen, dass irgendwelche Handlungen, Tätigkeiten nicht gekonnt werden oder davon auszugehen ist, sondern das bezieht sich auf alles. Das bezieht sich auf das Emotionale, das bezieht sich auf das Rationale, Intellektuelle, als auch natürlich in Anbetracht der Auswirkungen, der Konsequenzen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das hat dann natürlich in der Hinsicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder Relevanz, weil es damit eben nicht getan ist, diese Erfahrungen nicht zu machen, sondern diese Erfahrungen quasi wieder verschleiert auftreten, damit du sie machst. Das ist genau das, weshalb überhaupt erst das Ganze sich geschichtlich so gestaltet. Dass erst ein Wegdrücken davon geschieht, damit zu einem späteren Zeitpunkt die Erfahrung wirklich gemacht werden kann, im Hinblick auf eigenes Wachstum. Denn das Leben holt sich dahingehend immer alles zurück und so auch die Erfahrung. Und deswegen kann man das Ganze ergänzen mit Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Erwachsene, die sich aber darüber bewusst sind, sind diejenigen, die alles können. Und das bringt dann natürlich auch massive Auswirkungen mit sich in Bezug auf die eigenen Kinder, in Bezug auf das Umfeld, in Bezug auf die entsprechenden Freunde, Bekannte oder eben den eigenen Partner. Denn das färbt ab im Sinne der Frequenzveränderung. Oder es passiert natürlich auch sehr häufig, dass man mit diesen Menschen auf einmal nichts mehr anfangen kann. Und da ist dann zumeist das nächste Thema da. Dass man sich so sehr emotional abhängig fühlt, dass man immer wieder versucht, dorthin zurückzurudern. Was dann aber natürlich langfristig nicht funktioniert. Denn sind die Tore einmal offen, kann man nur da durchgehen. Denn schließen werden sie sich von alleine nicht mehr. Es würde mich natürlich interessieren, du diesbezügliche Erfahrungen gemacht hast. Wurdest du vor Erfahrungen immer wieder beschützt, gehindert? Oder durftest du ganz viele Erfahrungen machen und würdest demnach auch sagen, du bist ein Erwachsener, der ganz, ganz viel kann. Lass mich wissen, was du zu diesem Thema zu sagen hast in der Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, die einen entsprechenden Mehrwert geboten hat, dann würde ich mich an dieser Stelle über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell genau das so immer wieder für sich sehen, du aber siehst, dass sie bei ihren Kindern das nicht wirklich so handhaben, dann teile diesen doch bitte genau dieses Video hier als kleiner Reminder. Denn oftmals braucht es immer wiederkehrende Erinnerung an sich selbst, an sein eigenes Leben, an sein eigenes Bewusstsein. Solltest du diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.